Hallo liebe Leute und weiter geht's mit Metal Gear Solid. Und ich habe mal offscreen ein paar Sachen erledigt. Und zwar habe ich mir ein paar Rationen geholt. Zwei Stück, die ich auf der anderen Seite im Turm noch gefunden habe. Und das Ganze hat sieben Minuten, glaube ich, gedauert, bis ich diese Dinger geholt habe. Und deswegen habe ich das jetzt nicht extra aufgenommen. Naja, wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall auf der anderen Seite im Turm gefunden. Und ja, da dachte ich mir, ist besser, wenn ich noch Rationen habe. Gut, dass ich da noch welche gefunden habe, sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Aber ich denke mal, jetzt müsste ich es eigentlich hier schaffen in dem Fahrstuhl. Falls nicht, dann gibt es Ärger. So, da ist der nette Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl meckert mal wieder rum. Okay, ab geht's. Wir fahren bei dem ersten Untergeschoss. Oder ersten Geschoss. Sozusagen. So, Otter kommt mal wieder. Ach komm, sonst überspringen wir ja. Kennen wir schon vom letzten Video. Ja. Auf geht's. Wir werden ja sehen, wer jetzt stirbt. Kommt her. Ich sehe euch zwar nicht, aber ich bin gut bewaffnet. Munition habe ich auch erstmal genug gekriegt. Während ich... Ah, das ist... Ah, da. Okay, der ist weg. Nein, doch noch nicht. Da ist noch einer. Da auch. Okay, eine Ration. Okay, zwei sind weg. Ration, yay, danke. Komm, zeig dich. Okay, perfekt. Ich hab alle. Ich hab's geschafft, Leute. Hat ja doch was genützt, die Ration zu holen. Gott sei Dank, ey. Herrlich. So, wir sind unten. Ist hier irgendetwas gefährliches. Irgendwie eine Kamera oder so. Da ist eine Tür. Die sieht jetzt nicht gefährlich aus. Ähm, ich guck mich mal hier ein bisschen um. Da liegt was. Ration, okay. So kann's weitergehen. Ach, hier ist die kaputte Treppe. Hier finden wir PSG-1-Munition. Auch gut. Und, ja. Da ist die Tür. Vielleicht hier noch irgendetwas brauchbares. Yay. Ich bekomme wieder Düppel. Das heißt, ich kann die Kamera wieder stören. Und die Brücke hier wird wohl nicht mehr repariert, oder? Schade eigentlich. Naja, brauchen tue ich sie eigentlich nicht mehr. Der Fahrstuhl geht jetzt wieder. Ähm, ich sollte die Karte ausrüsten. Jo, ist auch Stufe 6. Passt also. Und hier haben wir noch eine Tür. Und eine Kamera. Okay, ich glaube hier sollte ich die Düppel benutzen. Zumindest eine davon. Hab jetzt wieder drei. So. Jetzt nur noch zwei, aber egal. Und zack. Okay, PSG-1-Munition. Gut, wer weiß, wofür die gut ist. Ich hab so das Gefühl, ich weiß, was mich als nächstes erwarten wird, wenn ich hier schon PSG-1-Munition bekomme. Aber da ist noch eine Kamera. Ach du Scheiße. Okay, nein, 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 nein. Ich benutze Düppel. Ich benutze Düppel. Soll mir recht sein. So. Okay. Und hier haben wir Sockum. Munition. Farmers. Okay, einfach durchrennen. Solange die Kameras noch falsch ticken. Wie auch immer. Okay. Bin ich jetzt da, wo ich vermute? Ja, ich bin entfreien. Es ist dunkel. Man hört Wölfe. Also, was mag das nur heißen? Richtig. Zeit für einen weiteren Kampf. Äh. Jetzt bin ich aber am überlegen. Kommt hier noch was Gefährliches? Eww. Ich wurde erschossen. Oder angeschossen. Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarn-Prototypen? Nein, es gab nur fünf. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesem Schneesturm. Das ist Sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist Sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake! Töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte! Sie ist sehr nett. Sie müssten nur mit dir sprechen. Sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Und du gehörst mehr. Wolf! Nein! Nicht! Nimm einer Wölfin nicht die Beute! Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie's nicht! Snake? Ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschützer verrät nie seine Position. Jobst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr. Direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus! Oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Okay, Sniper. Du willst kämpfen, du kannst deinen Kampf haben. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo sie ist. Die gute Madame. Ähm, Moment. Sie hat sich irgendwo da bei den Bäumen versteckt, das weiß ich. Ah, jetzt muss ich nur gucken, wo atmet sie. Ah. Da, da, da. Da ist er. Okay. Ähm. Wie viel Diazep... Ein! Ähm. Bin ich hier irgendwo noch Diazepa? Nein, PSG 1. Ach, scheiße. Oh, Wolf. Das ist doch... Ach, du Scheiße. Echt? Boah, das... Hallo? Darf ich etwa nicht weiter? Ach, du Scheiße. Ohne Diazepam habe ich hier voll die Probleme. Hier irgendwas? Ration, okay. PSG 1 Munition, war ja klar. Scheiße. Ich bräuchte auf jeden Fall die Diazepam, um die wirklich gut besiegen zu können. Weil so zittert mir Snake ein bisschen zu viel. Jetzt muss ich gucken, wo hast du dich versteckt, Sniper? Bist du immer noch hinter dem Baum? Yo, da. Okay. Ja, okay. 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 18 Schüsse. Oh, 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 oh. Das wird knapp. Na komm. Oh, Snake. Ah, verdammt. Wozu er versteckt die sich denn jetzt? Moment. Ist das wieder so ein dummer Trick? Oder bist du jetzt hier wirklich auf der anderen Seite? Ah, die dumme Schuss hat mich ausgetrickst. Ich bin mir sicher, die ist hier wieder. Hä? Okay. Wozu hat sie sich versteckt? Ähm. Snake. So. Gut. Ah, geil. Okay. Sie geht wieder nach rechts. Gut. Gut. Ich erwarte dich. Da bist du. Ich warte jetzt erstmal. Auf den richtigen Moment. Perfekt. Okay. Komm schon. Snipe. Zeig dich. Komm raus. Komm da raus. Verstecken nützt dir nichts. Ach, Mensch. Snake, hör auf zu zittern. Bitte, bitte, bitte. Oh, Moment. Ich sollte mal hier für alle Fälle... ...hab ja erstmal genug Ration. Und falls die Munition der PSG 1 ausgeht, es liegt ja noch genug rum. Oh, Mann. Und ich weiß auch, was nach diesem Kampf noch kommt. Na toll. Darauf freue ich mich am wenigsten, wenn ich ehrlich sein soll. Äh, hat die wieder den anderen Weg eingeschlagen? Och, Mensch. Die weiß auch nicht, was sie will, oder? Snipey. Zeig dich. Okay, hier bist du nichts zu finden. Gut, dann bist du auf der anderen Seite. Okay, da. Ah, so. Gut. Dann muss ich jetzt nur noch ein bisschen nach links. Weil von da kann... ...die rote Linie. Jetzt muss ich nur noch gucken. Da bist du. Hab ich da... Na, ich hab sie nicht getroffen. So ein Dreck. Okay, aber ich hab sie. Okay. Gut. So. Ah, Mann. Ich hab nur noch elf Schüsse. Ah, jetzt haut sie wieder ab. Nee, da ist sie. Okay. Ja, jetzt haut sie wieder ab. War ja so klar.